hallo meine wundervollen yogis oder auch alle anderen die sich hier auf meine seite für irrt haben ich wünsche euch und euren liebsten ein wunderschönes weihnachtsfest und ja hoffentlich ganz viel ruhe und glück dabei und willst du eine kleine auszeit von den ganzen weihnachtstrubel feiertagstrubel oder auch sonst zwischendurch einfach mal brauchst dann schau dir doch mal dieses video an für das video bräuchtest du ein kissen oder ein meditationskissen wenn du hast wo du dich dann im schneidersitz einmal hinsetzen kannst eine kerze sicherlich schön du kannst aber natürlich auch hier ein video auf das licht schauen weil so eine kerze dann schon schöner wäre sicherlich und schau mal dass du dich so ein bisschen abkapselt dass du möglichst viel ruhe um dich herum hast das macht das ganze ein bisschen einfacher ja falls du nicht so gerne auf dem boden im schneidersitz sitzt oder einfach nicht so lange sitzen kannst dann kannst du natürlich auch gerne einfach ein stuhl nehmen oder einen hocker aber schau mal dass du den rücken frei hast dass du nicht angelehnt bist und einfach gerade da sitzt und wenn du dich dann eingerichtet hast dann schau mal das licht der kerze wenn du deine ganze aufmerksamkeit deinen ganzen fokus jetzt hier in diesem moment auch das licht der kerze dann war wie sie vielleicht ein klein wenig hin und her flöckert oder einfach nur gerade da steht so abstrus das eine oder andere jetzt vielleicht auch klingt was ich sagen werde versuche dich darauf einzulassen einfach offen zu sein und dir das wirklich wirklich vorzustellen das braucht vielleicht ein bisschen übung du kannst das ganze natürlich auch nachblieben ganz häufig wiederholen jetzt mach dich schön gerade ziehe deine kopfkrone zur decke dein gesicht und dein kiefer sind entspannt deine schultern entspannt dein bauch ganz weich spüre mal den boden unter deinem po und nach wie vor dein ganzer fokus deine ganze aufmerksamkeit auf das licht der kerze gerichtet atme dabei ganz ruhig und unkontrolliert spüre dein körper im atemfluss spüre dein körper im atemfluss spüre dein körper im atemfluss du kannst deine augen jetzt gerne geöffnet auf das kerzenlicht gerichtet lassen oder einmal schließen und dieses licht was du gerade mit geöffneten augen gesehen hast vor deinem inneren auge sehen stelle dir die flamme vor deinem inneren auge vor verbinde deine atemluft mit dem licht der kerze atme das wärmende licht der kerze ein fühle wie die lichtdurchtränkte luft durch deine atemfluss durch deine atemwege fließt und in jeder einatmung atmest du die lichtdurchtränkte luft ein und in jeder einatmung atem als wäre dieses flüssiges licht in dein körper hineinfließt wenn deine blutbahnen im inneren deines körpers war wie sie dieses licht überall hin transportieren in jede ecke deines körpers spüre wie sich dabei wärme und wohlgefühl in deinem körper ausbreiten stelle dir deine organe und deine muskeln vor die von licht durchströmt werden dann versuche dir mal die millionen von zählen in deinem körper vorzustellen die dein ganzes sein lebendig machen siehe in jedem deiner körperzählen eine kleine kerze und stelle dir vor wie sich diese kerze bei jeder einatmung entzündet nach und nach eine weitere kerze eine weitere zelle dieses licht sich dann immer mehr ausbreitet mehr und mehr immer mehr immer mehr immer mehr spüre wie dein körper innerlich leuchtet und überall jede körperpartie von licht durchtränkt wird genieße diesen augenblick und fühle dich mit dem licht verbunden mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem ganz sachte kehre mit deiner aufmerksamkeit wieder zu deiner atmung zurück Und noch mal zwei, drei tiefe Atemzüge, ganz genüsslich. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam deine Augen. Namaste.